Hi, ich bin Maurizio Ruta und ich bin hier im Colosseum Sound Factory bei Marco Marcella Adami. Und ich muss sagen, ich bin mehr als überwältigt, was ich bekommen habe. Ich habe hier eine EP mit fünf Songs produzieren lassen und ich bin einfach sprachlos, was das Endergebnis angeht. Und ich kann jedem nur empfehlen, hier eine Produktion machen zu lassen. Ob es jetzt um einen einzelnen Song geht oder ob es um ein ganzes Album geht. Man ist hier genau richtig und jetzt werde ich gleich nach Hause fahren und erst mal meine Songs anhören. Danke.